Hey, heute zeigen wir euch den neuen Halo HQ Finanzprozess. Der Finanzprozess ist alles vom ersten Angebot über die Finanzplanung bis zur Abrechnung eurer Projekte. Die neue Version macht alle Prozesse schneller und einfacher, bietet eine bessere Systemperformance und kommt mit vielen neuen Features und Möglichkeiten. Damit ihr noch besser neue Kunden gewinnen könnt, haben wir das Leads-Modul komplett überarbeitet und einen viel größeren Fokus auf die Kommunikation mit den Kunden gelegt. Belege wie Angebote und Rechnungen können mit dem neuen Belegdesign-Editor noch einfacher und komfortabler erstellt und angepasst werden. Das Schreiben von Belegen wird ebenfalls leichter. Wir haben die Artikel komplett überarbeitet und in die neuen Leistungen überführt. Hier könnt ihr euch Leistungspakete schnüren und komplette Angebote mit wenigen Klicks erstellen. Dazu gibt es viele neue Features wie Angebotskalkulation, Leistungszeiträume und das Ausweisen von Agenturenumsatz. Auch die Planumsätze haben ein großes Update erhalten und können nun einfacher erstellt und gesplittet werden. Dazu kommt, dass ihr mit den neuen Plankosten auch die Kostenseite eurer Projekte perfekt vorplanen könnt. Natürlich haben auch die Abrechnung neue Optionen und komplett überarbeiteten Rechnungslauf bekommen und sind wir für euch viel einfacher und schneller gestaltet. In den neuen Controlling-Modulen haben wir die Auswirkungsmöglichkeiten extrem erweitert sowie die Performance deutlich erhöht, sodass ihr alle KPIs einfach und schnell im Blick habt. Der neue Finanzprozess ist ab jetzt verfügbar. Wenn ihr das Update nutzen wollt, meldet euch einfach bei uns. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen HelloHQ 2.0 Finanzprozess.